Wir haben hier so wundervolle Songbooks, falls ihr Liederbücher wollt und mitsingen wollt, hier sind welche. Immer zu dritt reinschauen. Wir müssen singen. Stimmungszeit. Gleich auch gleich. Scheiße, ich gebe nochmal drei Sekunden. So. Wir sind jetzt gerade schon. Was ist denn alle weg? Wollen wir noch mal nach oben? Guck mal, da geht weg. Danke. Wie schon? Tschüss. Tschüss. Gelernt. Wie schon? Und bevor wir anfangen, würden wir uns kurz gerne daran erinnern, wieso wir eigentlich hier sind. Mit einer Erinnerung an unsere Vision, lasst uns einen Moment innehalten, um uns daran zu erinnern, warum wir hier sind. Erinnern wir uns an unsere Liebe für die gesamte Menschheit in allen Winkeln dieser Erde. Erinnern wir uns an unsere Liebe für diesen wunderschönen Planeten, der uns nährt und trägt. Verbinden wir uns mit unserer tiefen Absicht, all das zu beschützen. Jetzt und für die zukünftigen Generationen. Während unserer heutigen Aktion, lasst uns den Mut finden, allen Menschen mit Frieden, Liebe und Verständnis zu begegnen. Und diese Liebe aus unseren Worten und Handlungen sprechen zu lassen. In dieser Krise, zusammen, verwurzelt in Liebe. Wir sind alles, was wir brauchen. Dankeschön. Extension! Viva Allian! Extension! Viva Allian! Extension! Viva Allian! Mitbucht, Seite 6. Probiere es mal mit einem Klimaschreit. Wenn du ein Foto hast, kannst du es einfach noch machen. Schwierig. Are you ready? Are you ready? Probiere es mal mit einem Klimaschreit. Seid ungehorsam, seid bereit. Steig deinen Mut und grüß die Polizei. Denn die Geschichte hat gezeigt. Mit Mut und auch Beharrlichkeit. Da brechen alte Machtstrukturen leicht. Ich will eine Zukunft mit neuer Geld. Geht es im Wandel, jetzt aber schnell. Die Politik lässt heiße, luft die Nase voll von Kürtelstucht. Was schaust du auf die Straße? Da sitzen Menschen gegen Treibhausgase. Die Autos stehen still. Klimagerechtigkeit ist was ich wirklich will. Was ich wirklich will. Nochmal als Probiere es mal mit einem Klimaschreit. Und gehorsam, seid bereit. Zeig deinen Mut und grüß die Polizei. Und die Geschichte hat gezeigt. Mit Mut und auch Beharrlichkeit. Da brechen alte Machtstrukturen leicht. Ich will eine Zukunft, nicht euer Geld. Geht es im Wandel, jetzt aber schnell. Die Politik lässt heiße, luft die Nase voll von Kohlenhof. Doch schaust du auf die Straße. Da sind Menschen gegen Treibhausgase. Die Autos stehen still. Klimagerechtigkeit ist was ich wirklich will. Was ich wirklich will. Was ich wirklich will.